Heute ist der 17. Januar und das ist der Gedenktag von Antonius dem Großen. Der soll vom Jahr 251 bis 356 n. Chr. in Ägypten gelebt haben. Groß gemacht hat ihn, dass er biblische Sätze wie Wenn du vollkommen sein willst, dann verkauf alles, was du hast und gib es den Armen, sehr, sehr ernst genommen hat. Er verkaufte sein gesamtes Hab und Gut und zog sich in die Einsamkeit auf einen Berg zurück. Dort soll er allerlei Versuchungen durch den Teufel widerstanden haben und dadurch wurde er eine Art Mönch-Superstar des Altertums. Sein Ruhm erlangte aber vor allem vom 14. bis zum 18. Jahrhundert seinen Höhepunkt, wo man ihn als Schutzheiligen für die Armen und Kranken dringend benötigte. Da Antonius der Große immer wieder mit Schweinen in Verbindung gebracht wird, wird er im Rheinland liebevoll Sautoni, in Tirol Fackentoni und in Westfalen Fickeltünnis genannt. In vielen Dörfern wurde ein Antonius-Schwein gehalten, das überall herumlaufen durfte und das von allen gefüttert werden musste. Daher gab es auch das Sprichwort Sprech wie ein Antonius-Schwein. Am 17. Januar wurde das Schwein dann geschlachtet und das Fleisch an die Armen und Bedürftigen verteilt. Sprech wie ein Antonius-chsägheimer Sprech wie eine crucified-ANES-Modelle Sprech ... Sprech ... Sprech ...